einen wunderschönen hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge wie growth mit mir den stückiger und natürlich auch dem trivolo und acht guten tag jeder esel nennt sich zuerst so war das ist damit etwas sagen dass du ein esel bist ach quatsch nee ja du bist zwei esel zwei esel zwei esel drei esel keine ahnung was er meint so wir machen jetzt hier weiter bei den quests wir wollen den equivalent exchange bauen beziehungsweise hier den alchemie katalys ich muss ich erst mal richtig hinsetzen hier keine ahnung denn das irgendwoher alchemie katalys der wird hergestellt folgendermaßen aus zwei brauchständen living rock gold ingots und mana perle so place was haben wir ja aus einer quest bekommen jetzt bräuchte ein bisschen koppeln und müssten wir noch haben ich habe jetzt keine lust irgendwie jetzt herzustellen oder zu kloppen ich habe heute morgen schon genug gekloppt naja kopfkino nee alter irgendwas stimmt mit dir nicht ich würde mal zum ersten alten stab wieder in die hand genommen so alt ist er nicht du weißt doch schmeiß weg was du in der hand hast so blazes 21 wo ja so war ja 21 wo aber irgendwas auch schon gemacht haben wir schon drei so du und du dann brauche ich 1 2 3 4 genau so 4 1 2 3 4 euch noch aber warte mal hier man abhellen haben wir sogar cool noch mal kurz in die schmiede rein bisschen gold geholt gold gold hat ja wir können sogar clouds und packt eis herstellen cool also packt eis würde ich noch nachvollziehen können aber clouds ja weiß nicht falls du mal anmerken ja so schön jetzt kriegen wir vier slime balls auch nicht schlecht und sonst nichts mehr kraft in mind was sind das da alles die können wir alle noch nicht herstellen die runen musst du gucken glaube nicht nun auf lasst ich gucke doch einfach mal wo noch er und wohl noch summer man diamanten das müssen wir erst mal an essenz oder näher hier an dann in ganz rand kommen ja so aber ich möchte jetzt mal mir den blog angucken ja toll ist ein blog was macht mal mit dem alter diamant zieht und so ein dreck alles läuft 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 muss ich mich mal ein bisschen einlesen was man mit diesem alchemy katalys machen kann ach warte mal da kannst du jetzt diverse dinge in den mana pool also das packst du unter einen mana pool unter also ich kenne es mit unter und dann kannst du halt diverse dinge da rein werfen und dann kommen da diverse andere dinge bei raus zum beispiel kannst du jetzt da rotten flash rein werfen und dann kriegst du leder raus so wie ich jetzt bekommen gehört dort wird hier die röte ja cool jeder kriege ich so was hat es passt der weiß ach das ist doch so genau das ist es ist das ist diese erde oder was hier das ist einfach diese erde auf keinen keinen was wir doch bei genau geht die gab es doch jetzt nur ein jahrzehner den habe ich sogar in meinem vanilla benutzt weißt du und egal du bist schlecht ja manchmal echt manchmal manchmal einfach nur schlecht so jetzt wenn ich wende mich ab von dir ja geht doch ende mein anglitz ab von dir sein gesicht wie kommen wir denn an anderen diamanten und dann musst du diamanten ziehts herstellen somit strong isens ja alles du kannst mal gucken was jetzt vielleicht geht so viel leicht das wäre der strong stone strong ist glaube ich auf 7 also 7 akulia strong infusion stone gucken wir doch mal nach dem strom er könnte in a kommen da ist er doch schon so alter schwede ja dann brauchst du richtig viel den können wir auch noch nicht herstellen weil dafür uns noch die essence of experience und man war da gibt man schwer über schwer wieder was ist jetzt das kann man das schwert geklaut ja toll ja das ist das ist denn jetzt ja aber doof das ist sau doof ja okay schau mal weiter gleich können wir ja warte mal im braces das immer was sind da los ach guck mal alles liga barrels können wir machen 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 mk1 copper ingot upgrade ja kann das doch machen 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 ich glaube ich habe irgendwo sogar noch zäune ja guck mal hier zäune so cool kann mich daran erinnern dass ich vor ziemlich langer zeit mal ein sonnen und dingen hergestellt habe wie heißt denn das noch mal hier für um die b häuser abzureißen ja der ist in der großen deiner großen chester in der mitte die da vereinzelt steht so aber ich habe jetzt gerade gesehen die werden ganz anders hergestellt die struktural mk1 mit wooden construction block okay ja gut macht ja nichts haben wir alles aber haben wir alles am mann alles am mann so haben wir gleich mal ein paar mehr ein scoop genau scoop heißt das singe ich habe übrigens die informationen erhalten unter einem video dass wir noch uns eine stadt suchen müssen dass wir dafür wohl weit laufen müssen okay ja ja stimmt auch gelesen vom einsteigen ja aber ich habe keine noch keine ahnung wofür wir eine stadt suchen wir werden wahrscheinlich dann wieder irgendwas brauchen was es nur in der stadt gibt richtig aber ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht was ich will auch noch nicht wissen lasst spoilert mich nicht weil er uns nicht also bis jetzt habe ich alle ques oder ja die ques die ich jetzt so überprüft habe könnten wir alle hier vor ort herstellen also ich lasse mich da gerne überraschen ich bin auf jeden fall mal gespannt gespannt ob ich überrascht bin ja genau ja irgendwo gerade noch essenz of the earth gar so die zwei haben wir so und jetzt brauchen wir noch kuffer hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können ja jetzt du machen können hätte ich machen aber ich hätte auch lassen können so wie ich es eigentlich getan habe wo war's ich glaube wir machen ja auch mal irgendwas mit kraft machen wir hier dann verschiedene stationen hin oder so so viel stück ist jetzt mal sehen was er meckert hier was wäre so meckern er der bienenstock so schön stock soll funktionieren so funktionieren kraftigen einst deutsch upgrade soll man noch bauen okay ist du rage ja leisten bei will piston gut wissen war mit schalter gesagt hebel hebel schalter mein wegen auch das irgendwie so weiß schon wie auch immer ja irgendwie so ich glaube ich wüsste wofür wir das so haben wir vielleicht noch eine sticker hammer okay ach guck mal hier ist schon mal gut das ist schon mal gut zwei mal 1 2 3 4 5 6 7 8 oder ich gucke noch mal lieber ja genau ach hier jetzt habe ich kein eisen mit so also ich muss jetzt echt mal googeln was diese drecksbien für probleme haben holz immer noch mit so ok die ich kein eisen da man nicht und da also ja gut ich hab flint hammer und flint lambex mal gebastelt ist ganz praktisch für die baumfarm dahinten die wir noch haben also eisen ich brauche eisen du 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 ich glaube der triolo hat noch irgendwo in seiner kiste eisen ja guck doch mal hier guck doch mal hier warum hab ich das vielleicht denken können was ist denn jetzt los ja ich weiß dass sie bin bin und problem haben okay welches ich habe von alleine drauf kommen kann abjom biome ist in ordnung ja diese haben meckern immer rum von wegen keine blumen da keine blumen da ja ja rat doch mal was denen wohl fehlt blumen ja ja welche blumen ja was was in was für ein biome befinden wir uns denn hier um wistland harnet ja in einem wasteland wächst was Prozent nichts oder nicht viel kakti ach so sie sogar tatsächlich auf der internetseite so kakti was immer jetzt mk2 oder mk1 1 also die struktur strukturale mk1 oder mk2 von den barrels ich habe keine ahnung ach komm nehmen wir die 1a also ich nehme mk1 und du nimmst bitte mk2 ok jetzt ja darfst du jetzt ja ok so was ist das jetzt ach gott ein void upgrade super void kriegen wir das auch noch hin find die quest nicht ach jetzt habe ich sehen was soll ich nehmen mk1 ja nee 2 ah zu spät ja obsidian war nummer zweifelstens oh man ey warte mal hast du noch irgendwo obsidian wahrscheinlich nicht ne ne die frage nicht hast du irgendwo noch obsidian nein habe ich nicht dankeschön bitteschön also ich habe auch keine eimer mehr ah hunger habe ich auch noch man was heißt member not finding right flower was willst du denn noch kaktus direkt daneben oder was junge oje oje so jetzt pflanze ich da so ein ding hin oder so ein voll egal jetzt right flower er macht was aber ich weiß nicht ob jetzt deswegen oder deswegen ja jetzt wegen ausgewachsen oder nicht wegen ausgewachsen ich habe keine ahnung weiß es nicht mach dich nochmal schlau da hätte ich einfach mal warten sollen der gefällt mir hier nicht so unsymmetrisch du da rein und äh du da rein du gehörst es ist unsymmetrisch es ist wertlos was es ist wertlos es ist unsymmetrisch oh god fängt der hauschen der misst wieder an ouchen weh getan aua so geh noch ein hin und dann kommt der also ein kakti kakti so nee die kommt dahin und äh bleh nur noch die frage wieder an welche frames man nochmal genommen hat ich hab's vergessen bitte ja du brauchst auch das andere hauschen oder fürs frame zack zack und ne das ist schon das richtige na geh doch nein das ist so du hast recht du hast recht word upgrade hätten wir das auch schon mal du hast recht goldsche kaufs ja goldsche bienen so was haben wir jetzt wir haben zwei word upgrades für was auch immer man die braucht so was hätten wir denn hier noch ähm copper upgrades für achso das sind die okay dann hätten wir hier noch size matters ähm compacting drawer du stehst doch so auf die drawer ne ja würde ich sagen machen wir doch immer ja compacting ähm du bist jetzt bei size matters ja ja genau ja schon wieder pisten alter ich mache mir jetzt gleich mal so einen ganzen stack genau mach doch mal äh und danach es würde mich nicht wundern wenn du danach oder wenn danach sich eine quest freischalte draw controller da brauchst du denn komparatoren und diamanten und so mit dem controller und mit dem controller da bin ich dann gespannt ob ich überrascht bin für das andere let's play weil damit entscheidet sich dann ob ich diesen bot einfüge oder nicht okay okay vom ding her liest dich das ganz cool dann was mod machen ein oak drawer eins mal zwei die werden dahergestellt kiste zwei kisten und ein bisschen holz okay äh eins zwei ich glaube ich brauchte noch eine kann das sein ne brauche ich nicht okay ein zwei oder drei so zack 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 äh wie ne warum nicht ach so rum ach zack so na also passt doch händen wir den schon mal dann die zwei pisten da hin und dann ich wollte vergessen stone 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 und eisen das wolltest du nicht ob sie die antiz herstellen ursprünglich ähm möglich ja ich bin gerade mal so durch den kopf gegangen ja gut machen wir gleich machen wir gleich immer diese amateure ja wahnsinn also ich glaube wenn ich so ein let's play alleine machen müsste dann wäre ich äh sehr schlecht eins zwei drei vier fünf fünf soll ich das denn jetzt verstehen ein vanilla mission alternate hä ne 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 ich meine so ein hqm ach so ja was meinst du warum ich das mit dir zusammen die ganze zeit mache das hat schon so seinen grund ach so weil ich glaube in dem punkt brauchen wir beide einen flieger da passen wir ja schon irgendwo aufeinander auf ja kompakt sehr schön so sauber dann kriegt man noch vier stück dazu top top die warte quillt ja ja gut ach schau mal gerade hier schon mal obsidian ja sind wir so ich bin mal so freundlich was war das made of ja genau obsidian seeds kriegen wir den noch hin ah hoffen wir mal obsidian sit so water fire so water fire earth and fire ich weiß mir da irgendwann auf die zunge den 1 obsidian den haue ich dir schon mal in den altar war ja nur 1 1 2 und ab water der earth was war das jetzt weiß ich nicht worauf wird den da und dann essen was war das denn jetzt was sind es die regular essenzen genau regular essenzen 4 stück und müsste dann nochmal in so ein seed sein ja den hatten wir so da na also ich glaube das kriegen wir auch noch ein gut dann der ist mal rein der rein der rein der rein die 4 rein und dann sollte es eigentlich oder jawohl oh es geht doch recht fix so damit hat es die folge jetzt aber auch hinter sich oh wir haben einiges geschafft kann man nichts sagen ich denke mhm achso ich brauche vielleicht noch so einen so einen ja komm living rock und super obsidian sieht du es hat sich was freigeschaltet eben gerade echt ja wo warte encoding the world breaking out in hives aber ich ich hatte doch schon ewig lange ach wir hatten zu wenig nee wo war das ähm nummer oder gibt's die schon länger welche nummer war das nummer 8 nummer 8 breaking in hives modus high wie kommen wir da noch an mhm äh die müssten hier irgendwo warte mal ich hab hier glaube ich irgendeine nee 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 da du haust den normalerweise kaputt den musst du irgendwie anders abbauen ja ja oder so aber hier war glaube ich irgendwo einer ja war das ist richtig achso dann hast du kaputt gehauen völlig ah was ist denn mit dem scoop mit dem scoop haust du die kaputt achso okay in diesem sinne werde ich jetzt noch hier den sie anpflanzen und würde mich dann aber auch schon verabschieden beziehungsweise wir verabschieden uns natürlich das ja genug er hat's schon gemacht gut in diesem sinne vielen dank fürs zusehen gehabt euch wohl haut rein und wir sehen uns dann morgen tschüss büss 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 b Maj. b